Mitten in der Aksakia, mit der Kirche Iglesia del Rosario und einem reichen arabischen Erbe. Mit Grünflächen, die den Besucher entzücken. Wegen seiner tief verwurzelten Weinbautradition als Dorf der Rosinen bekannt. Mit einem Gewehr von farbenfrohen Gassen. Mit der Allgegenwärtigkeit des Wassers. Ganz in der Nähe von Anhöhen und Wanderwegen, wo das Schauspiel der Natur seinen höchsten Ausdruck gibt. El Boche Eine Flut von Sinneseindrücken